Meld dich an zum ersten regionalen Online-FIFA-Turnier. Am 1. Mai um 19 Uhr geht's los. 128 Teilnehmer aus der Region treten online beim Play-at-Home-Cup der VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen gegeneinander an. Es erwarten euch Preisgelder in Höhe von insgesamt 500 Euro. Also, worauf wartet ihr noch? Wir wollen euch an der Playstation sehen. Meldet euch gleich an www.vrbank-mkb.de slash playathome